Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sonic! Nein, okay. Nein, nicht. Nee, 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 nee! Falsches Let's Play! Ähh, ich meine natürlich nicht! Digimon Battle Spirit 1. Und diesmal machen wir schwarzesalber mit Sukamon! Mal gucken, ob Sukamon was kann. Ich hab doch nie mit ihm gespielt. Ist ja so einer der Charakter, die man nicht nehmen will. Okay Der normale Move ist erstmal so ein Slight Move auf Doom Ich bin ein Scheißhaufen Ich kack dich Ich mach dich weg Genki-Dama Yo, als ob er Versehen war Ey, wie soll das bei Dings der Milleniumon aussehen? Was ist mit Bande? Mit Bande? What the fuck? Wir sind ein Scheißhaufen Ey, meine Witze werden immer besser Woah, woah, woah Lass nie den Controller los Du weißt nie, was dann passiert Was ist das für ein Scheiß? Okay, ich Ja, das war jetzt nicht mit Absicht Das war einfach so Nein, 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 nein Komm hoch Etymon Ist das dein Ernst? Die haben den aus Langeweile reingenommen Oder die haben irgendwas genommen Oh, ich bin ein Etymon Ich bin der Superstar Okay Dunkles Netzwerk Alter Das war Warum haben die den überhaupt reingenommen? Das ist doch so unhitz Okay, was kann der als Verspottung? Ernsthaft? Verspottung macht Schaden Really? Wow, aua Kommt man einmal auf die falsche Taste Nimmt er einen Direktanal Ah Come on, dude, weh Nein Alter Übertreib erstmal maßlos Bam Kann ich auch Ey, was ist zu, come on, bitte? Ah, come on Alter Die haben den noch nur auf Langeweile reingemacht Oder die haben irgendetwas gekifft Ich hab keine Ahnung Wow, diesmal wurde ich ja nicht getroffen Cool, aua War geplant Alter, wie schnell das Vieh einfach aua Oh, man Kein Standby für dich Oder soll ich sagen Goodbye Bitte töte mich Bitte töte mich Und bam Aua Aua Ah Ich mob gleich zurück Kameramir In your face Ernsthaft Ausgewichen Gekidama Was ist das? Ich schiebe ihn auch noch in das Ding rein Als ob Nein, hör auf Lass das Was habe ich dir getan? Ah Ja, okay Ich werde zu Ethemon Was soll die Kacke Ethemon Punch Alter, was ist das? Hey Ich Ich bin Glitzer Zuckermann haben die nur aus Spaß reingenommen Denk ich mal Es gab doch nicht wirklich Leute, die Zuckermann unbedingt drin haben wollten Für Ethemon Obwohl, wenn die Ethemon Aua Wenn die Ethemon als Spielmann Charakter haben wollten Ja gut Ich werf dich ab Alter Bam Also ich hätte alles reingenommen Ich hätte alles reingenommen Nur durch das Ich hätte sogar Elecmon reingenommen Weil das zu Zuckermann wird Zuckermann gilt Okay Das stört auf ewig Ey, muss ich mich ernsthaft mit so einem Pier umschlagen? Alter Hier bringt der Angriff ja gar nichts Ah Kommst du bitte mal hier hoch? Was wird hier reden? Hallo Hallo Hör auf Fußball zu spielen Rede mit mir Bam Bam Äh Das vorbewegungsmittel Ah 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 Bam Skill Skiller Ich werfe den jetzt tot Nein Nein Das vorbewegungsmittel ist effektiver Yo Äh Wo bist du? Hallo? Ja Etermann Das ist dein Gebiet Etermann Du bist auch im Sand geboren worden Keine Ahnung Die Geräte haben auf jeden Fall im Sand gegen dich gekämpft Mach was Irgendwas Effektives Oh Gott Los, mach down Alter, was Oh mein Gott Ich bin so froh, wenn wir hier durch sind Mit Zucamon Zucamon finde ich wirklich unnötig Zucamon hätte sie nicht reinnehmen müssen Da finde ich Battle Spirit 2 viel besser Weil da gibt es auch ein Frontier Und Frontier ist eigentlich eins meiner Lieblingsstaffeln Aber alle anderen zusammen Alle eigentlich sind geil Ich finde keine so richtig schlecht Jedes hat einzigartige Aspekte Oh, Gilmon Ist es diesmal wirklich Gilmon? Anscheinend Ja Okay Mit welchem Charakter muss ich denn bitte Dings besiegen? Mit Imp-Mann Um Imp-Mann zu kriegen Isst du dein Brot? Oh ja, ist klar Hier Nimm mein Was ist das? Wow Ich kann die ganze Zeit die Taste drücken Und es passiert einfach das Es ist der einzige Angriff, den der kann Außer dem hier Toll, ne Maus kann ich auch werfen Los Maus, ich will dich Du bist dran Ja Da Damn Komm Jo Nein Nein Probieren wir mal das Oh mein Gott Ha Ich Genau das Ach Galantmo Au Galantramon E4 stärker. Wow. Say what? Hier wird es mich nicht treffen. Oh, fuck. Mobbing. Alter, was, du reißt an. Was, du reißt an. Was? Was, du reißt mich an. Ich bin das unbesiegbare Sukaman of Doom. Ich bin bis jetzt ungeschlagen. Bam. Bam. Aua. Kenkidama. Maus of Doom. Okay. Chipman heißt das wie. Los, Chipman. Ich hab einfach getroffen. Ich hab getroffen. Ich da lasse jetzt meine Maus. Ich da lasse meine Maus. Komm doch. Herzhaft. Warum gehe ich da für einen Punkt? Oh mein Gott. Ich verstehe gar nichts mehr. 20 Punkte mehr. Jawohl. Sukaman. Wo ist es Sukaman? Really? Erteilt doch dich. Oh. Tschüss Sukaman. Oh. Hallo Impfmann. Ey, ich könnte das sogar verkacken. Ich könnte das verkacken. Es ist Sukaman. Ihr wisst gar nicht, wie man sich als Sukaman fühlt. Er fühlt sich wie ein Krüppel. Alter, wenn man von beiden Seiten gemobbt wird. Nein. Alter, komm mal ran jetzt. Ah. Man muss das wirklich schon im Flug einfangen. Die Punkte, sonst hat man keine Chance. Haben wir die ganze Zeit drauf. Mobben wir irgendwann, sammeln wir schon Punkte ein. Oh. Ha. Opferkreis. So. Ah. Wow. Puh. Ah. Need for speed in your face. Was passiert, wenn Entmann ein Kalumann kriegt? Stört Kalumann dann einfach? Oder digitiert das dann so Beelze, man? Wow. Ja. Punch. Äh, wo bist du? Hallo? Ich punch dich weg. Ich bin zu stark. Hatte dich. Wobei, Etermann ist nur Ultra. Ah. So. Dunkles Netzwerk. Und getroffen habe ich es auch noch. In der Face. Beyblade. Alter. Ah. Los, Tackle. Tackle. Tackle, scheiße Mann. Äh, nicht. Ah. Ich brenne. Aua. Hallo? Komm mal runter auf den Boden der Tatsachen. Bam. Alter. Nein. Nein. Äh, hallo? Nicht nett. Unsozial. Äh. Check this. So, Kampf vorbei. Äh, also das war doch eindeutig. Einfach zerstört. So, jetzt kommt Renamon. 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 Bäm. Nö. Bäm. 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 Wohngeschmettert. Alter, was? Bam Ey, die die ganze Zeit mit ihren Maus Hoppala, fallen gelassen Oh, hoppala, auch fallen gelassen Oh, ich tue mir jetzt aber leid Lass das Ich mobb dich Weg Unendlich Schleife Ich sammle zwar keins der Punkte ein, aber okay Bam 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 4, 3, 2, 1 Und spawn 1 Minute 1, äh, 5 kommt das Haaah Dunkles Netzwerk Oder Punch of Doom Dunkles Netzwerk Dunkles Netzwerk Dunkles Netzwerk Dunkles Netzwerk Schwu- Homo Dance Einmal Homo Dance Für die Quote so Ah Die Marifai Down Nein Lass das Komm schon Bam Alter Wow, wow, wow Dein Karate, Kung Fu, Ninja, Move Wo fun kannst du dir mal sparen Ich hau dich weg Du sammelst die Punkte nicht ein Ich mobb dich Gegen die Wand Ah 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 Immer weiter gegen die Wand Mom Ah Ah Stürb daran Ah Kopflos Ah Kopflos IQ minus 500 Ah Moment, dann wäre es tot Oder okay 27 zu 0 Win Tja, kaputt gemobbt Okay, Mobbing ist uncool Wollte ich nur mal gesagt haben Mobbing ist echt uncool So Ah Äh, hallo Nein Nicht in Ordnung Keine Freunde Keine Freunde mehr Ah Der Scheißhoffen des Todes Alter Ah Dein Reißbällchen Lass bitte Lass das Reißbällchen aus dem Spiel Ich mobb dich Ich mobb dich Und mobb dich Und mobb dich weiter Immer weiter Immer weiter Immer weiter Gegen die Wand Du kannst dich nicht daraus Befreien Du bist einfach zu blöd dafür Komm doch Ich mobb dich gegen die andere Wand Gegen den Strom Hoff dich zu schützen Hat eh keinen Sinn mehr Jo, in your face, ne? Eine gute Farmmaschine eigentlich Ah Eat him on Homo dance Oh mein Gott Punch Kamehameha Das war die Drachenfaust 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 Bam 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 Was war das jetzt? Ach so, das ist überhaupt eine Freundlichkeit, oder was? Nein 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 Einfach nein Geh weg Ich mach dich weg Really? Was? Warum? Einfach aus Prinzip, weil ich cool bin? Okay Ah Bam Punch Ah, bam Scheiß auf das Band Ich lauf auch gegen den Strom Ah Really? Jo, zu eins Läuf Millennial man Okay Das wird jetzt fucking Katast Das wird mindestens zwei, drei noch sterben Kennen wir schon Bippe, bippe Was ist das für ein Scheiß? Alter Ich kann ihn noch nicht mehr mit meiner Maus bewerfen Ich muss ihn wirklich Ins Ins Die ganze Teppel Dem Move hier bekämpfen Mit dem und keinem anderen Minis ist das Vieh verdammt schnell Aua Und es wird einfach drei, viermal getroffen Viermal Alter Was? Ich dachte, ich würde mindestens viermal sterben Oder so Nein Es ist wirklich verdammt schnell Aua Nein Aua Äh, hallo Ähm Oh, wow, wow Äh, komm runter Kalumon Verrate mich jetzt nicht Jawohl Haha Komm doch Kannst ruhig wieder rüberkommen Dunkles Netzwerk Ey, ich kann das auch wie du Guck Homo Dance Und Homo Dance Homo Dance Homo Dance Jetzt weiß ich, wie der das macht Der macht auch den Homo Dance Nur halt in stärker Form Haben wir geschafft Gefickt In your face Yeah, super mal win Und wieder hat das uns nicht angegriffen Okay What the fuck Weil wir zuhause hoch gewonnen haben Kann das sein? Ich hab keine Ahnung Auf jeden Fall erstmal hier Wir können uns das ja mal geben Yeah Beat Party hard Okay Ja, gut Special thanks Äh, hallo Ich mach gerade ein LP davon Vielleicht special thanks an mich Okay, nein Glückwunsch Was? Was? Really? Really? Lobmon? Lobmon? Weißt du, ist ja nicht so als Ist ja Ja, ist ja nicht so als ob Wir nicht irgendwie schon mit hier Terriamon noch spielen müssten Mit Renamon Und mit Wormon Ja, gut Ja, Leute Dann machen wir den nächsten Part Mit irgendeinem Charakter Den, also mit einem der vier Die wir noch machen können müssen Bis dann Und ciao Euer Galandramon Das ist ja nicht so geil Bis dann